Jetzt geht es weiter mit unserer Sendung Autospezial. Ja, richtig gehört haben Sie und wir von Pearl TV haben uns natürlich Gedanken gemacht, was Sie zu dieser kalt-nassen Jahreszeit am besten gebrauchen könnten, um natürlich einen gewissen Komfort zu haben, Sicherheit zu haben. Und diese tollen Highlights hat uns mein lieber Kollege der Andreas mitgebracht. Ja, die haben wir dabei hier in dieser Sendung. Autospezial-Thema Sicherheit. Winter ist ja jetzt ein großes Thema. Der steht uns bevor, wenn Sie es mitbekommen haben. Überall in Europa gibt es tatsächlich schon die ersten Wintereinbrüche mit richtig viel Schnee. Das heißt auch, bei uns ist es ja immer kälter geworden die letzten Tage. Vereiste Straßen und auch Schnee, vor allem eben dann Glätte in Verbindung mit schmutziger Fahrbahn. Es wird alles sehr gefährlich jetzt im Herbst und Winter. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen jetzt eine Spezialsendung mit Dashcamps. Also hier diesen wichtigen kleinen Helfer, die im Auto mitfahren und hier für Sicherheit sorgen. Aber eben auch, wenn was passiert auf der Straße, alles mitfilmen und sie eben in die Möglichkeit versetzen, dann eben auch einen Nachweis, einen Beweis zu haben, wie denn eine bestimmte Verkehrssituation stattgefunden hat. Unsere erste Dashcam hier, Casey, mit der wir starten, ist eine sogenannte HD-Dashcam. HD bedeutet, was die Bildqualität angeht, schon mal hochauflösend. Und wir sehen gerade hier Live-Bilder, beziehungsweise Bilder von dieser Kamera. Und da sieht man sehr gut eben auch, wie toll die Aufnahmen sind. Also die Qualität hier bei unserer HD-Dashcam, absolut genial. Man sieht alles sehr gut. Wir haben einen hohen Bildwinkel, dass also wirklich auch der Bildausschnitt groß genug ist. Und zum Beispiel Kreuzungsbereiche, gerade innerstädtisch, oder auch die ganzen Verkehrsschilder, wenn man unterwegs ist, auf Autobahnabfahrten, Autobahnauffahrten, dass das wirklich alles gut aufgenommen wird. Und ein großes Highlight jetzt in dieser Spezialausgabe zum Thema Sicherheit, Dashcam im Auto, liebe Zuschauer, ist der TV-Sonderpreis. Wir starten hier jetzt mit einer Dashcam in diese Sendung. Die kann sich wirklich jeder leisten. 28,45 Euro hier für eine richtig toll ausgestattete Dashcam. Ich habe sie hier auch liegen, wir können sie uns ja mal zusammen angucken. Und der Preis hier und Preis-Leistung, das ist wirklich absolut genial, weil wir haben hier natürlich eine Dashcam mit G-Sensor. Und liebe Zuschauer, tun Sie mir bitte einen Gefallen, wenn Sie eine Dashcam kaufen, dann muss die einen G-Sensor haben. Weil nur dann ist es wirklich auch eine Dashcam, die in so einer Notsituation wie zum Beispiel scharfes Bremsen, starkes Anfahren oder eben auch Ausweichen reagiert und dann eben auch die Aufnahme startet. Wenn Sie sich jetzt fragen, Katie, und ich glaube, da gibt es ganz viele Zuschauer draußen, muss ich denn, wenn ich eine Dashcam im Auto habe, irgendwas beachten? Muss ich da irgendwas einstellen? Nein. Grundsätzlich ist es so, Sie bringen die Dashcam, so wie wir es gerade im Video gesehen haben, einmal an Ihrer Frontscheibe an, verbinden die mit dem Zigarettenanzünder und dann machen Sie gar nichts mehr. Die Dashcam schaltet sich bei jeder Fahrt automatisch an und speziell eben auch in Notsituationen. Und hier sehen wir das Ganze nochmal. Installation, ganz einfach, zack, wird rangepinnt und dann eben bei jeder Fahrt automatisch aktiviert. Und hier sehen wir das Ganze eben auch nochmal. Und jetzt gibt es natürlich die große Frage, warum sollte denn jeder Autofahrer eine Dashcam im Auto haben? Ganz einfach. Es ist unfassbar viel Verkehr auf unseren Straßen, egal ob in der Stadt, auf der Landstraße oder auf der Autobahn. Und wenn dann was passiert, dann steht meistens Aussage gegen Aussage. Wenn du in irgendeine Konfliktsituation kommst und da ist irgendwas passiert, kommt die Polizei, die befragt dich. Der eine sagt das und der andere sagt eben das. Und liebe Zuschauer, es ist eben wichtig, dass Sie hier dann so ein Beweismittel haben. So ein stummer Zeuge, der fährt immer mit und da können Sie genau nachweisen, so hat sich das alles zugetragen. So war das in der Situation und Sie selber trifft womöglich gar keine Schuld. Und das können Sie anhand unserer Dashcam hier beweisen. Und das Ganze jetzt eben wirklich hier zum einladenden Preis. 28,45 Euro hier der TV-Sonderpreis. Das ist genial. Das ist genial. Also der Preis haut einen wortwörtlich aus den Socken. Hätte ich ja schon fast gesagt. Ich habe es aber schon ausgesprochen. Nein, liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen das wirklich wärmstens ans Herz legen. Weil so ein Gerät bietet natürlich auch einen enormen Komfort, weil da komme ich jetzt drauf. Mir selbst ist es auch schon passiert, dass ich eben eine Unfallsituation hatte oder eine Fastunfallsituation. Und da muss man dann natürlich, wenn man Beweise sammeln will, schnell sein. Ich bin mit meiner Tochter im Auto unterwegs gewesen und die hat dann schnell das Handy gezückt. Das brauchen Sie hier jetzt überhaupt nicht mehr, weil diese Dashcam nimmt ja alles vollautomatisch für Sie auf. Das heißt, Sie haben einen Komfort, Sie haben einen Sicherheitsaspekt, weil alles eben aufgenommen wird, geschaut wird. Sie haben das i-Tüpfelchen natürlich, dass wenn eben es, wir wollen es alle nicht hoffen, zu einem Unfall kommt, Sie natürlich einen Zeugen quasi haben in elektronischer Form. Und gerade dann, wenn Sie, liebe Zuschauer, eben nicht schuld sind, ist das ein Non plus Ultra. Hast du das gesehen? Aber so ist es wirklich eine Realität, oder? Das war so eine Situation. Ganz genau. Das war so eine Situation. Und in so einer Situation hast du ja gar keine Zeit, wirklich dann das Handy rauszuziehen und zu filmen. Wie soll das funktionieren? Da denkt man auch gar nicht nach. Ist ja viel zu spät. Also Reaktionszeit, hier kommt ja dazu, liebe Zuschauer. Und hier ist es jetzt wirklich dann auch schwer nachzuweisen. Sie wurden geschnitten, der andere Unfall oder der Unfallgegner, der behauptet natürlich, Sie wären schuld gewesen, wären ihm reingefahren. Und liebe Zuschauer, es ist natürlich dann auch hier ein ganz wichtiger Punkt, der an Ihnen nagt. Und zwar der Ehrgeiz und eben auch dieses ungute Gefühl. Mensch, ich war es doch gar nicht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Und jetzt soll ich hier für den Schaden eines anderen aufkommen. Nein. Und das verfolgt Sie ja nicht nur an dem Tag oder auch zwei, drei Tage später, sondern es geht wirklich Wochen, Monate und Jahre, wo man noch an diese Situation zurückdenkt und dann einfach auch sich wieder aufregt und sagt, Mensch, ich war damals gar nicht schuld, aber sollte trotzdem hier für die Kosten aufkommen. Und hier sehen wir jetzt übrigens nochmal schön, was alles zu Ihnen nach Hause kommt. So ist die verpackt, so wird die dann eben ausgepackt. Wir haben alles komplett im Lieferumfang mit dabei. Die Dashcam an sich, HD-Qualität nochmal für Sie. Und es ist eben auch die Halterung dabei. Es ist eben die Verbindung dabei zur 12-Volt-Steckdose. Alles komplett, sogar eine Bedienungsanleitung. Mit den quälenden Gedanken ist jetzt Schluss. Für 28,45 Euro sparen Sie über 60 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung. Die Bestellnummer NX 4249 und die 569. Aber du hast noch ein weiteres Highlight für uns. Ja, wir steigern, was die Qualität angeht, von unserer Dashcam zum Probierweis hier. Mit 28,95 Euro war es. Kommen wir jetzt zu einer Dashcam, die ist deutlich besser ausgestattet. Also man kann natürlich auch, wenn man eine Dashcam sich anschafft, liebe Zuschauer, immer auch nochmal gucken, Mensch, finde ich nicht ein Modell, wo meine Bedürfnisse noch optimaler abgedeckt werden. Und wir haben jetzt hier eine Full-HD-Dashcam. Also wir steigern nochmal die Bildqualität und wir haben zwei Objektive. Das heißt, wir sind hier nicht nur mit Ultraweitwinkel unterwegs, sondern eben mit sowas wie einem Rundumschutz. Das heißt, eine Kamera, die filmt hier nach vorne, das ist diese. Ich drehe sie mal in ihre Richtung. Die hier, die stellen Sie immer nach vorne ein. Und eine Kamera, schauen Sie mal, das ist die zweite Kamera. Sieht man auch sehr gut hier durch die beiden Anzeigen eine Kamera nach vorne. Da sehen wir Casey stehen. Und das ist die Kamera, wo gerade unsere Kameracruhe hier gefilmt wird. Das ist diese Kamera, die überwacht den Innenraum des Fahrzeugs und den rückwärtigen Raum, also durch die Heckscheibe durch. Und das ist eben auch nochmal hier eine zusätzliche Sicherheit. Denn es ist ja auch so, man kann ja auch von hinten einen Unfall haben, dass man von hinten aufgefahren wird. Und wenn die Dashcam nur nach vorne filmt, dann habe ich da natürlich schwer einen Nachweis. Deshalb ist hier nochmal ein Rundumschutz mit eingebaut. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch doch, ich hätte den optimalen Schutz ganz gerne. Dann haben wir aber auch jetzt hier in der Spezialsendung, muss man ganz klar sagen, mit 75,95 Euro einen sensationellen TV-Sonderpreis. Weil 49 Prozent, Casey, werden gespart zur UVP. 150 Euro, Casey, normalerweise. Also das ist wirklich der Hammer, was wir hier für Sie möglich machen bei Pearl TV. Eine Preisersparnis von 49 Prozent gegenüber der UVP. Also der unverbindlichen Preisempfehlung. Preisempfehlung. Ich hatte gerade einen Hänger. Ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Und ich wollte auch nochmal auf die Bildqualität eingehen, weil du ja mich mit der hinteren Kamera eben gefilmt hattest. Sie sehen ja, ich habe hier so ein Jackett an, das so schwarz-weiß gemustert ist. Das würde natürlich bei einer schlechten Qualität total verzerren. Aber man hat natürlich gestochen scharf gesehen, was ich da hinten anhat. Und das ist natürlich sensationell, dass wir hier eine Full-HD-Dashcam haben, mit zwei super Objektiven. 75,95 Euro ist hier unser TV-Sonderpreis. Und die Bestellnummer ist die NX 4507 und der 569 am Ende. Also ganz, ganz toll, Andreas. Absolut. Und wir sehen ja auch gerade hier die Qualität nochmal, die du schon angesprochen hast. Und das muss man wirklich hier unterstreichen. Wie kommt das zustande? Vielleicht haben Sie es schon entdeckt zu Hause. Wir haben hier ein Panasonic eingebaut. Haben wir auch extra hier in die Beschreibung. Ein Sony-Sensor. Entschuldigung. Haben wir auch extra hier in die Beschreibung gepackt. Und Sony, das ist natürlich hier exzellente Qualität. Die sind was Fernseher, was Kameras, was Video-Equipment angeht. Ganz vorne dabei, wenn man wirklich was Gutes auch zu Hause haben möchte, dann greift man zu einer Markenqualität wie Sony. Und da haben wir eben den Sensor drin. Das heißt für Sie, Sie bekommen hier zum TV-Sonderpreis, also zum Spezialpreis hier in unserer Sendung Auto und Sicherheit in der kalten Jahreszeit einen genialen Preis, 75,95 Euro für den Rundumschutz. Nochmal, liebe Zuschauer, falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben. Wir haben zwei Objektive. Ein Objektiv überwacht den Innenraum hier des Fahrzeugs und den Bereich durch die Heckscheibe. Und die andere Kamera, das ist die hier, die überwacht den vorderen Bereich mit 150 Grad Bildwinkel. Also wirklich ein immens großes Spektrum, was hier erfasst wird. Und, Katie, jetzt gerade in der kalten Jahreszeit. Es wird später hell. Es wird früher dunkel. Oft ist es grau. Oft ist es regnerisch. Schneefall kommt dazu. Nebel. Ein ganz wichtiger Punkt. Toll, dass du das ansprichst, liebe Zuschauer. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich ausrüsten, damit wir so ein Gerät im Auto haben, um einfach dann, wenn was passiert ist, wir klopfen dreimal auf Holz, dass wirklich keiner von Ihnen da draußen in der kalten Jahreszeit in den nächsten Monaten wirklich behelligt wird von so einem Unfallgeschehen, von so einer Unfallsituation. Aber wenn was passiert, dann haben Sie Ihre Dashcam im Auto. Die filmt völlig automatisch. Sie müssen nicht in der Notsituation noch Klöpfe drücken, dass das gefilmt wird. Das passiert durch die Sensoren der Kamera. Alles komplett automatisch. Und dann sind Sie sicher. Und dann haben Sie wirklich hier bei der Polizei, bei Ihrer Kfz-Versicherung und sogar wenn es vor Gericht geht, hier eine Kamera, ein Videofilm, der alles ganz genau aufgezeichnet hat. Und eine Frage ist auch, die sich ganz viele da draußen stellen, Katie. Darf man denn vor Gericht überhaupt Dashcams benutzen als Beweismittel? Ja, das dürfen Sie, liebe Zuschauer. Oh, super. Nämlich seit Sommer 2018 sind Dashcams offiziell als Beweismittel vor Gericht zugelassen, hat hier der Bundesgerichtshof beschlossen. Das heißt für Sie, Sie sind, wenn Sie eine Dashcam im Auto installieren, auf der sicheren Seite. Sicher ist auch der Preis, nämlich sicher ganz schön klein. Hier mit 75,95 Euro. Ja, es ist wirklich ein absoluter Preishit. Hier sehen wir auch schön den Artikel eingeblendet, den der Andreas eben angesprochen hat. Das ist zum Beispiel so ein Thema, liebe Zuschauer. Dashcam-Video überführt rabiaten Verkehrserzieher vor Gericht. Und auch die Situation, Katie, die kennen ganz viele Zuschauer draußen. Wenn du ausgebremst wirst, wenn du geschnitten wirst, wenn irgendjemand dich belehrt hier oder noch schlimmere Zeichen macht mit der Hand, das wird alles gefiltert mit der Dashcam. Und ganz ehrlich, liebe Zuschauer, ganz ehrlich, diese Verkehrsraudis da draußen, die all unsere Sicherheit gefährden, die muss man teilweise wirklich dann auch aus dem Verkehr ziehen. Und das kann ich eben hier mit unserer Dashcam wunderbar dann auch beweisen. Dann gehen Sie zur Polizei und sagen Sie, schau mal, der hat mich ausgebremst. Das war eine gefährliche Situation. Da hätte können was Schlimmes passieren. Also eine Dashcam ist wirklich immer ein ganz sicherer Begleiter. Aber du hast noch ein drittes Exemplar für uns. Genau. Also jetzt ist es auch so. Man kann ja sagen, Mensch, so eine Dashcam, wenn ich mir die jetzt anschaffe, dann begleitet die mich immer. Die filmt jede Verkehrssituation. Das kann sein, ein Kilometer zum Supermarkt oder zur Tankstelle. Das kann sein, 80 Kilometer die Verwandten, Bekannten, die Großeltern besuchen. Das kann jetzt aber auch sein, ich mache hier 4, 5, 600 Kilometer, 1000 Kilometer eine Urlaubsreise. Ich habe immer meine Dashcam dabei. Ich möchte aber eine richtig tolle Qualität haben, was die Aufnahmen angeht. Und ich möchte wirklich auch diesen kompletten Rundumschutz haben. Und Aufnahmequalität und Rundumschutz, das bietet jetzt hier unsere Panorama Dashcam ab. Weil jetzt haben wir nicht nur zwei Objektive, sondern jetzt haben wir zwei Kameras. Ich schalte sie hier mal auf der Seite ein. Jetzt haben wir zwei Kameras, zwei Kameras. Und hier kommt jetzt, liebe Zuschauer, der besagte Panasonic Sensor zum Einsatz, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Einmal keine Kamera, die den Innenraum überwacht. Eine autarke Kamera, ich kann die sogar noch mal einstellen. Und einmal eine Frontkamera, die den vorderen Bereich direkt vor dem Fahrzeug überwacht. Und bei dieser Dashcam hier haben wir jetzt nicht nur Full HD Qualität, zwei Kameras und einen wirklich sensationellen Panasonic Sensor. Eben auch eine richtig tolle Qualität wieder. Wir haben 360 Grad Rundumschutz. Weil beide Kameras hier, die haben so einen großen Bildwinkel, dass die quasi aneinander anschließen. Ich habe vorne 180 Grad, ich habe hinten 180 Grad zusammen, 360 Grad. Das heißt, ich habe hier den kompletten Rundumschutz in meinem Fahrzeug. Und das ist wirklich hier noch mal gerade für Menschen, die sagen, okay, ich will jetzt zur kalten Jahreszeit Sicherheit. Ich will einen Zeugen im Auto. Ich will diesen Rundumschutz. Ich möchte aber auch gerne, wenn ich beispielsweise jetzt dann in den Skiurlaub fahre, in die Schweiz, nach Österreich, wo es wirklich auch schöne Sachen zu filmen gibt. Und ich will mal im Sommer dann auch nach Spanien oder nach Frankreich. Dann habe ich eben hier eine Dashcam mit hervorragender Bildqualität, wo ich dann auch so Urlaubsfahrten wunderbar filmen kann. Das ist natürlich ein absolutes Privileg, so eine tolle Dashcam zu besitzen. Deswegen heißt es für Sie jetzt zum TV-Sonderpreis zu 123,45 Euro zuschlagen und bestellen unter der Bestellnummer NX4498 unter 569 am Ende. Und da muss ich wirklich noch mal Sie dringlichst bitten, bestellen Sie jetzt bei unserer TV-Sonderpreise. Die gelten eben nur in unseren Spezialsendungen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte gerne eine Dashcam haben, ich möchte mir diese ganzen Raudis nicht mehr gefallen lassen auf der Fahrbahn, ich möchte da wirklich dagegen angehen, dann müssen Sie jetzt bestellen. 0180 51 51 und dreimal die zwei ist unsere Telefonnummer. Und ich finde es wirklich super, dass es solche Geräte gibt, weil, wie du schon gesagt hast, man kommt oft in Situationen, wo man dann alleine unterwegs ist. Also ich kenne das selber, ich fahre sehr viel Auto, sehr viel auch alleine und dann kommt es wirklich zu einem Unfall und man ist nicht schuld. Wie will man das beweisen? Weil der Gegner, der wird ja natürlich nicht zugeben, dass er schuld war. Und dann haben Sie nämlich dieses tolle Exemplar, diese Full-HD-Dashcam im Auto und können immer sagen, tja, Pech gehabt mein Freund. Ich habe eine Dashcam gehabt und kann damit super beweisen, dass ich keine Schuld habe. Absolut, genau so ist das. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, eine Bedienung, eine Dashcam... Okay, wir schauen mir noch mal so eine Situation an. Guck mal, das ist jetzt innerstädtisch hier. Und jetzt pass mal auf, noch nichts ist passiert. Aktuell ist noch nichts passiert, aber jetzt. Oh nein, da kriege ich immer Angst, wenn ich so etwas sehe. Und das sehen wir doch auch häufig, da will jemand zum Beispiel vor uns rückwärts einparken, der fährt zurück. Das ist also so eine Alltagssituation. Und der sagt dann, du bist vorgefahren, ne? Das ist es. Und genau das macht die Dame jetzt ja hier auch. Die sagt hier, sie sind mir hinten reingefahren. Und guck mal, was der Mann jetzt macht. Der sagt, guck, nee, 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 ihr Lieben, ihr zwei hier, ne? Nein, 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 ich habe eine Dashcam. Die hat alles gefilmt. Ihr seid zurückgefahren. Ich bin gestanden. Mich trifft keine Schuld. Und so, liebe Zuschauer, kann das auch bei Ihnen zu Hause ausgehen. Das heißt, wenn Sie in so einer Situation stecken und wirklich, das kann ein Kilometer sein, das können 50 Kilometer sein, die Sie unterwegs sind. Es kann immer was passieren. Und mit so einer tollen Dashcam, wie wir sie hier eben haben, da sind Sie dann wirklich auf der sicheren Seite. Es zehrt nichts an Ihrem Nervenkostüm. Sie haben wirklich keinen Ärger. Und das ist eben auch wirklich was, wo einen Jahre verfolgen kann. Wenn man in so eine Unfallsituation geraten ist, wo man wirklich dann auch die Situation hatte, dass irgendjemand gesagt hat, Sie sind schuld gewesen. Liebe Zuschauer, mit einer Dashcam hier ist es wirklich so, dass Sie vor Gericht und bei der Polizei beweisen können. Nein, ich war es nicht. Und ich komme auch nicht für die Schäden anderer auf, die ich nicht verursacht habe. Da sind Sie auf der sicheren Seite und investieren jetzt, das muss man auch sagen, man investiert jetzt hier 123,45 Euro, spart sich aber in Zukunft womöglich, wenn es wirklich zu einem Unfall kommt, viele Tausend Euro. Genau. Weil oftmals ist es ja so, Aussage gegen Aussage. Und dann zieht sich das in mehrere Instanzen. Man muss zur Polizei, man muss sich einen Anwalt besorgen. Der will natürlich auch sein Geld haben. Und im Zweifelfall landet das Ganze vor Gericht. Und dann müssen Sie nachher diese Kosten tragen. Und das sage ich Ihnen. Da geht es nicht um 123,45 Euro am Ende. Da geht es um mehrere Tausend Euro. Deswegen heißt es jetzt für Sie, ran ans Telefon und bestellen. 123,45 Euro. Sparen Sie sich den ganzen Stress, den ganzen Ärger unter der Bestellnummer NX 4498 unter 569. Ich kann es Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen, weil es ist ein Sicherheitsaspekt. Es erleichtert uns wirklich sehr vieles bei der Autofahrt. Man hat keinen Stress, man ist nicht belastet und man hat eben nicht diese immensen Folgen. Und man hat ja sowieso schon so viel Alltagssorgen und Alltagsstrech, muss sich viele Dinge merken und kümmern. Und wenn dann so eine Verkehrssituation dazu kommt, dann müsste man das auch noch hier verarbeiten, müsste sich da auch noch mal mit beschäftigen. Mit einer Dashcam passiert sowas nicht. Und jetzt, Katie, jetzt machen wir weiter. Wir hatten nämlich in den letzten Tagen eine wunderbare Autosendung. Die kommt man nämlich durch die Jahreszeit. Es gibt doch so Helfer neben der Dashcam, wie zum Beispiel eine Scheibenfolie oder auch einen Batteriewächter. Und da hatten wir eine tolle Sendung. Und da muss man wirklich auch sagen, in dieser tollen Sendung, da gab es beliebteste Produkte. Und diese beliebtesten Produkte, die haben wir jetzt tatsächlich hier auch noch. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Aber bevor wir natürlich jetzt eines machen, bevor wir weitergehen, liebe Zuschauer. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, bei einer Dashcam, ich brauche doch auch ein Speichermedium. Ja, genau. Dann haben wir auch noch was für Sie. Das heißt, wir wollen das jetzt noch nachschieben. Speicherkarten nachschieben hier. Und zwar, Sie sehen es gerade eingeblendet, die 32-Gigabyte-Variante. Das ist richtig groß. Die ist auch richtig groß. Das heißt, da passt wirklich dann auch diese tolle Qualität drauf, die wir haben. Und ich würde Ihnen empfehlen, liebe Zuschauer, zum TV-Sonderpreis 9,45 Euro hier, sich gleich mehrmals einzudecken. Also wirklich hier zu sagen, Mensch, ich nehme jetzt so eine Speicherkarte nicht nur einmal, sondern vielleicht zwei-, dreimal mit. Die kann man auch wunderbar fürs Smartphone nutzen. Die kann man für vieles nutzen, ob Sie jetzt ein Smartphone haben oder eben andere Gerätschaften, wo man eben so eine Micro-SD-Karte benötigt. Heißt es hier jetzt ganz, ganz schnell sein und sich den TV-Sonderpreis für 9,45 Euro sichern? Die ZX 2274 und die 569 ist da die Bestellnummer. Ja. Und wer es etwas größer haben möchte, haben wir auch hier alternativ eine 64-Gigabyte-Variante, aber auch zum TV-Sonderpreis. Also spektakulärer Preis. 64 Gigabyte hier. Beide Intenso-Qualität, Markenqualität. 14,20 Euro für 64 Gigabyte, liebe Zuschauer. Das ist wirklich absolut genial. Also gerade auch, wenn Sie sagen, Mensch, die letzte Dashcam, das wäre meine, dann nehmen Sie bitte gleich hier die 64 Gigabyte-Speichervariante mit. Und auch hier der Tipp, gleich zwei-, dreimal für Smartphone, für eine Digitalkamera, dann sind Sie hier einfach wunderbar ausgerüstet. 14,20 Euro, das gibt es nur bei uns. Und wir haben natürlich auch ein anderes Themenfeld jetzt für die Zuschauer vorbereitet, wo es hier eben auch wieder um Sicherheitsaspekte geht. Kleine Helferlein, die wir hier für Sie haben, damit Ihnen natürlich im Alltag nichts schiefgehen kann, damit Sie nicht in die Bredouille kommen. Und da hast du natürlich wieder ganz, ganz tolle Sachen für uns vorbereitet. Möchtest du den Zuschauern was dazu erzählen? Na klar, die beliebtesten Produkte, wie gesagt, liebe Zuschauer, wir hatten ja Autosendung, ein Autospezial. Und da hat sich herauskristallisiert, dass Sie wirklich sagen, Mensch, es gibt ein paar Produkte, die brauchen wir alle, die wollen wir alle haben. Und die haben wir jetzt hier nochmal liegen, auch für Sie zum TV-Sonderpreis. Also wenn jetzt gleich das einzelne Produkt eingeblendet wird, wenn wir das zusammen bearbeiten, wenn wir darüber sprechen, und Sie sagen dann auch, jawohl, ich habe es noch gar nicht, ich brauche es unbedingt, dann gleich hier in der Sendung zugreifen. Weil das Kontingent wird langsam knapp. Wir haben hier wirklich Dinge liegen, die jeder einsetzen kann, die jeder brauchen kann. Und wir starten hier jetzt rein, Kathy, mit unserem Batteriewächter. Und ich glaube, Autobatterie, das ist wirklich ganz heikel im Herbst und im Winter. Ganz, ganz viele Menschen haben da Sorgen damit. Ganz viele Menschen sagen, Mensch, hält denn meine Autobatterie den Winter über durch? Und wenn die aktuell noch fit ist, dann kann das ein Zeichen, dann muss das kein Zeichen sein. Es kann wirklich trügerisch sein, liebe Zuschauer, so eine Autobatterie, die geht von heute auf morgen kaputt. Da sagt die von heute auf morgen, ich will nicht mehr. Und da haben wir für Sie einen Batteriewächter. Und jetzt habe ich den mal für Sie hier hingelegt. Es geht hier um dieses kleine Kistchen, um dieses kleine Kästchen. Und das installieren Sie bei sich direkt im Auto. Das machen Sie selber. Sie brauchen dann nicht in die Werkstatt fahren. Sie sehen auch hier zwei Kabel. Die schließen Sie an Ihre Autobatterie an. Und dann haben Sie die Möglichkeit, jetzt lege ich mal den Wächter aus der Hand, mit Ihrem Smartphone hier. Ich habe das mal vorbereitet, weil ich habe auch am Auto schon einen angeschlossen. Kann ich Ihnen gleich mal zeigen. Jetzt können Sie dank dieses Wächters hier mit Ihrem Smartphone jederzeit checken, wie ist denn aktuell der Zustand meiner Autobatterie. Es wird der Voltwert angezeigt, wie hier 12,13 Volt. Und gleichzeitig eben auch noch hier die Bemerkung niedrige Spannung. Das heißt, liebe Zuschauer, die Batterie hier, die in unserem Kleinwagen eingebaut ist, da müsste man mal ein bisschen mitfahren, damit die wieder besser aufgeladen wird von der Lichtmaschine. Warum kommt das zustande, dass so eine niedrige Batteriespannung zustande kommt? Entweder steht das Auto sehr lang oder aber Sie fahren immer nur Kurzstrecke. Also immer nur so zehn Kilometer am Tag oder zehn Kilometer hin, zehn Kilometer zurück. Das ist einfach zu wenig, um so eine Batterie wieder voll aufzuladen. Vor allem, wenn man das Licht an hat, das Radio, die Heizung, die Sitzheizung. All das kostet natürlich Strom. Und mit diesem kleinen Batteriewächter, liebe Zuschauer, haben Sie hier immer die volle Kontrolle. Und wenn hier irgendwas sein sollte, wenn hier mal was sein sollte, dann können Sie eben auch rechtzeitig reagieren. Dann wissen Sie ganz genau, aha, mit meiner Batterie stimmt was nicht. Wir haben übrigens hier in der Sendung ein tolles Produkt, damit das nicht passiert. Hier sehen Sie die Installation. Käfi, das ist kinderleicht. Das kann wirklich jeder machen. Da kann man sich nicht vertun. Das rote Kabel, der rote Stecker an den roten Batteriepol, der schwarze an den schwarzen Batteriepol. Die App hier, die Sie benötigen, die können Sie kostenlos runterladen für iPhone und Android. Naja, und die Bedienung, die ist ganz einfach hier. Starten und dann kann ich schon ablesen. Und das ist einfach richtig genial. Greifen Sie jetzt zum Hörer und holen Sie sich Ihren eigenen Batteriewächter nach Hause unter der Bestellnummer ZX 1689 und der 569 am Ende für 28,45 Euro. Sie sparen hier 59 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung. Wahnsinnspreis. Die Preise sind bei uns ein Knaller und ich kann Ihnen wirklich garantieren. Diese Preise, die wir hier aufrufen, die gibt es nur bei Pöll TV. Die gibt es sonst nirgendwo. Das ist wirklich der absolute Kracher. Ganz, ganz starker Preis. Und Sie sehen jetzt gerade diesen Batteriewächter bei uns hier im Auto installiert. Und der ist derjenige, der auch hier das Signal an unser Smartphone schickt, liebe Zuschauer. Den habe ich hier vor der Sendung angeschlossen. Schwarz an Schwarz an Minus, Rot an Plus. Und jetzt habe ich hier dieses Signal. Und jetzt haben wir hier noch was ganz Tolles, was die App leistet. Wir haben hier, liebe Zuschauer hier unten, eine Funktion. Ich muss mal schon lesen. Ladetest ganz genau. Und wissen Sie, was der macht? Da kann ich die Lichtmaschine des Fahrzeugs prüfen. Denn wenn eine Batterie in die Binsen geht, kann es oftmals auch an der Lichtmaschine des Autos liegen. Und auch Ihr Auto hat eine Lichtmaschine, die die Batterie auflädt. Und wenn man zum Beispiel öfters mal Probleme mit der Batterie hat, kann es auch von der Lichtmaschine kommen. Das heißt, wir können mit diesem Ladetest hier checken. Lädt die Lichtmaschine denn die Batterie noch ausreichend? Und das ist eine ganz wichtige Funktion. Und das können wir jetzt hier darstellen dank dieser tollen Technik. Einmal der Batteriewächter, die dazugehörige App für Smartphone. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann kommen wir einfach hier richtig gut durch den Winter, sind immer informiert. Was macht denn hier unsere Autobatterie und was macht unsere Lichtmaschine? Also wirklich hier auch ganz viel Sparpotenzial in Sachen Reparaturen oder Erneuerung. Bei uns sparen Sie Geld und zwar eine ganze Menge. Nicht nur bei unseren TV-Sonderpreisen. Hier wie zum Beispiel für unseren Batteriewächter zu 28,45 Euro. Nein, Sie sparen hier wirklich langfristig Geld. Seien Sie Ihr eigener Herr, seien Sie Ihr eigener Wächter. Wortspiel, haha. Und greifen Sie jetzt zum Hörer und bestellen Sie unter der Bestellnummer ZX 1689 und der 569. Eben dieses supertolle Exemplar dieses Batteriewächters. Absolut genial. Also ich muss wirklich sagen, ich bin echt total froh, dass wir Ihnen das jetzt auch noch rechtzeitig, bevor es dann wirklich richtig frostig wird, anbieten können. Jetzt haben Sie auch noch die Möglichkeit, das einfach selber zu installieren. Sie brauchen da keine Hilfe dazu. Sie brauchen keine Werkstatt. Das können Sie selber machen. Es ist wirklich spielend leicht. Dazu gibt es die App und dann haben wir hier einfach mal ganz kurz zwischendurch die Möglichkeit, dass wir gucken können, was macht denn unsere Autobatterie? Geht es der denn noch gut? Fühlt die sich wohl? Oder müssen wir irgendwas machen? Und jetzt kann es natürlich sein, liebe Zuschauer, dass Sie keinen Wächter zu Hause hatten. Dass Sie keinen Wächter im Auto hatten. Sie wissen also nicht, was mit Ihrer Autobatterie los war. Und die Autobatterie, die hat sich verabschiedet. Sie setzen sich morgens, 6 Uhr, es ist eiskalt draußen, ins Auto, möchten starten. Und es macht nur noch klack, klack, klack und es passiert gar nichts. Das Auto startet nicht mehr. So. Normalerweise müsste man dann folgendes machen. Sie bräuchten jemanden, den Sie aus dem Bett klingen, der Ihnen hilft. Der braucht ein Auto und der braucht ein Starterkabel. Dann müssen die beiden Autos zusammengebracht werden. Das Starterkabel muss verbunden werden. Und dann müssen Sie auch noch Glück haben, dass diese andere Autobatterie stark genug ist, um Ihr Auto zu starten. Das vergessen wir jetzt einfach mal. Sie helfen sich einfach selber. Und zwar mit unserer brandneuen Powerbank. Und das ist die hier. Die kommt hier in diesem kleinen Täschchen hier. Da hat die ihren Platz drin. Da finden Sie die immer wieder. Die ist auch so kompakt. Schauen Sie mal meine Hand an und schauen Sie mal die Powerbank an. Die können Sie jederzeit im Auto belassen. Also im Handschuhfach. Vielleicht auch hinten im Fußraum irgendwo wunderbar aufbewahren, wo Sie sich schnell griffbereit haben. So. Das ist die Powerbank. Komplett neu. Und 12.000 Milliampere Stunden. 12 Amperestunden. Und Achtung. Liebe Zuschauer, halten Sie sich fest. Jetzt kommt ein Wert. Der hat es in sich. Wir haben 1200 Ampere Leistung, die wir hier freisetzen. Das heißt, wir kriegen mit dieser Powerbank jedes Fahrzeug gestartet. Egal ob mit kleinem Motor, mittelmäßigen Motor oder riesengroßen Motor. Acht Zylinder. Hier zehn Zylinder. Überhaupt gar kein Problem. Sie bekommen hier jeden Motor gestartet. Wir haben hier wirklich ein ganz, ganz leistungsfähiges System. Und es ist natürlich im Zubehör mit enthalten. Auch schon hier diese Krokodilsklemmen. Casey, die dir wahrscheinlich auch bekannt sind von diesen Starterkabeln. Genau. Unter anderem. Unter anderem. Genau. Diese Krokodilsklemmen. Und jetzt. Wie funktioniert das? Es ist total einfach. Wir haben hier vorne eine Steckverbindung. Und dann. Man kann sich ja auch gar nicht vertun. Kommt das beides zusammen. Ich kriege sie andersrum. Schauen Sie mal. Ich kriege den Stecker gar nicht rein. Der geht wirklich nur zu einer Seite rein. Jetzt verbinde ich das Ganze. Und dann bekomme ich auch hier immer so ein Kontrolllicht angezeigt. Bei grün alles in Ordnung. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir direkt an die Autobatterie. Zack. Gehen wir rüber. Und jetzt schließen wir an. Und auch hier, liebe Zuschauer, brauchen Sie keine fremde Hilfe. Die rote Krokodilsklemmen kommt an den Pluspol an Rot hier an der Autobatterie. Schwarz kommt an den Minuspol an Schwarz an der Autobatterie. Und jetzt ist es so, Sie brauchen nichts einstellen. Dieses System hier ist so intelligent, liebe Zuschauer. Weiß ganz genau, ich hänge jetzt hier an einer Autobatterie. Das heißt, Sie setzen sich jetzt ins Auto, drehen den Schlüssel rum und der Motor startet. Das ist richtig genial hier. Ganz neu bei uns, möchte ich Ihnen nochmal sagen, extrem leistungsfähig, speziell für diesen Zweck hier ausgerüstet. Und für 73,10 Euro hier. Ein sensationeller TV-Sonderpreis. Katie, 51 Prozent zur UVP gespart. Ich wollte schon fast in Unmacht fallen. Also das ist wirklich ein Knallerpreis. 73,10 Euro. Machen Sie sich selbst zum eigenen Helfer. Seien Sie unabhängig und greifen Sie jetzt zum Hörer. Sparen Sie sich Zeit, Ärger und andere um Hilfe zu bitten. Ja, das ist ja auch immer so eine Überwindungskunst. Man möchte ja nicht, wenn man mit dem Auto liegen bleibt, dann den Nachbar anrufen, wenn es zum Beispiel frühmorgens passiert, dass die Autobatterie den Geist aufgegeben hat. Das möchte man ja in der Regel nicht. Oder den Papa anrufen, den Opa anrufen, wen auch immer. Ja, also nochmal, helfen Sie sich selbst, greifen Sie zum Hörer und seien Sie vor allen Dingen unabhängig für 73,10 Euro. Also Unabhängigkeit war noch nie so leicht gemacht, oder? Absolut. Und ganz ehrlich, wenn Sie noch keine Powerbank haben, die das kann, liebe Zuschauer, also Ihr Auto starten ohne fremde Hilfe, dann wird es jetzt wirklich höchste Zeit. Und wirklich von uns der Tipp, nutzen Sie hier Ihren Preisvorteil. Der TV-Sonderpreis hier für unsere leistungsfähige Powerbank mit 12.000 mAh, so kann man es auch rechnen, der ist wirklich genial, muss man sagen. 73,10 Euro, also hier die Empfehlung. Und jetzt auch von mir nochmal was. Wenn Sie sagen, ich brauche noch ein Geschenk für jemanden, Nikolaus oder auch Weihnachten. Jeder, der ein Auto hat, freut sich da wahnsinnig drüber. Weil da ist man einfach immer auf der sicheren Seite. Und ich klemme mal wieder ab, ich möchte Ihnen nämlich noch was zeigen. Das ist nicht nur eine Powerbank, die Auto kann, die kann auch Laptop und Smartphone. Jawohl. Wir haben hier nämlich eine ganz neue Generation von Powerbank. Sie sehen es hier. Wir haben die Möglichkeit, USB-Geräte zu laden und das Ganze nämlich mit Quick Charge. Das heißt, wenn Ihr Smartphone über eine Schnellladefunktion verfügt, dann laden Sie hier Ihr Handy 80% schneller als an herkömmlichen Powerbanks. Und 80% schneller, wenn Sie kein Quick Charge Ladegerät haben, auch gegenüber der Steckdose. Und das Schöne ist auch hier, wir haben einen ganz speziellen USB-C Anschluss. Das heißt, ich kann hier beispielsweise auch MacBooks laden. Also diese Apple Notebooks, die normalerweise ja gar nicht an Powerbanks Anschluss schließen gehen. Die kann ich hier auch mit aufladen. Also Sie sehen es, ist nicht nur fürs Auto genial. Man kann auch ganz viel Geräte damit betreiben und laden. Und ist, wie ich finde, ein sensationelles Geschenk für jeden Autofahrer. Absolut. Also ich würde mich auch über ein so tolles Helferlein in der Not freuen. Als Geschenk natürlich. Also lieber Andreas, wenn du für mich ein Geschenk suchst, weißt du schon mal Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. Unabhängigkeit. 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 Bestellen Sie sich jetzt für 73,10 Euro mit der Bestellnummer ZX 30000 und der 569 am Ende. Und der 569 am Ende. Und jetzt machen wir was. Wo ich wirklich auch sagen muss, ich bin total aus dem Häuschen, dass es auch bei Ihnen so gut ankommt. Wie gesagt, eins der erfolgreichsten Produkte der letzten Sendungen, liebe Zuschauer. Und wenn Sie hier auch sagen, Mensch, ich habe es noch gar nicht, dann wird es jetzt höchste Zeit. 24,65 Euro. Absolut genial, was dieses Teil hier kann. Wir haben hier ein Solarpanel. So. Und ich hatte ja vorher kurz erwähnt, wenn Sie jeden Tag mit Ihrem Auto nur Kurzstrecke fahren, dann passiert Folgendes. Die Lichtmaschine schafft es nicht, Ihre Autobatterie komplett aufzuladen. Und es kann also gut sein, wenn Sie immer nur Kurzstrecke fahren, dass Ihre Batterie im Auto diesen Winter nicht überlebt. Weil Kurzstrecke schadet einer Autobatterie. Sie entnehmen immer Leistung, aber die wird nicht aufgeladen. Und dieses Solarpanel hier. Dieses Solarpanel lädt die Autobatterie im Stillstand auf. Jawoll. Das heißt, wenn Sie parken, wenn Sie im Supermarkt stehen auf dem Parkplatz, dann machen Sie folgendes. Sie legen dieses Solarpanel hier vorne hinter die Windschutzscheibe und mit dem Stecker hier. Der Stecker hier ist extra für die 12 Volt Steckdose für den Zigarettenanzünder. Stecken Sie den Stecker ein und dann passiert Folgendes. Das Panel lädt Ihre Autobatterie über den Zigarettenanzünder auf. Das ist total genial. Sie müssen nicht mal die Motorhaube aufmachen. Sie müssen gar nichts machen. Einfach nur das Panel hinter die Windschutzscheibe, Stecker in den Zigarettenanzünder hier rein. Und dann wird die Batterie aufgeladen. Und das ist gerade für Menschen, die beispielsweise draußen parken. Da ist die Batterie sehr, sehr, sehr kälteanfällig. Das heißt, wenn Sie abends Ihr Auto beabstellen und dann ins Haus gehen und nicht mehr rauskommen, nicht mehr Auto fahren, machen Sie es so wie hier in unserem Foto, in unserem Filmchen. Mit den Saugnäpfen können Sie beispielsweise das Panel auch direkt an der Scheibe befestigen. Und dann wird wirklich hier die Batterie im Stillstand aufgeladen und das ist genial. Das bedeutet nämlich, Sie sparen sich diesen Winter eine neue Autobatterie. Ihre Autobatterie, die bleibt nämlich immer fit. Dieses Solargerät für die Autobatterien macht das natürlich vollkommen selbstständig. Sie müssen einfach nur den Stecker reinstecken und den Zigarettenanzünder. Und dann passiert alles wie von selbst. Mit der Bestellnummer NC 5920 unter 569 bestellen Sie sich eben dieses Stück Unabhängigkeit und Selbstständigkeit eben für 24,65 Euro nach Hause. Und wir haben gerade was gesehen mit einem Motorraum und einer Batterie. Liebe Zuschauer, Sie bekommen von uns heute nicht nur den Anschluss für den Zigarettenanzünder, sondern Sie bekommen von uns auch diese Klemmen für die Batterie. Wenn Sie beispielsweise einen Oldtimer haben oder ein Cabrio haben, was Sie nur im Sommer fahren oder auch ein Wohnmobil und Sie das nicht bewegen, dann können Sie dieses Solarpanel auch hier mit diesen Klemmen direkt an die Autobatterie anschließen. Dann legen Sie das Panel einfach hier auch wieder hinter die Scheibe oder auf die Windschutzscheibe vorne drauf, egal wo das Auto eben steht oder das Reisemobil. Und dann wird über den Winter die Autobatterie hier ständig geladen. Das heißt, die wird niemals entladen oder gar tief entladen. Also auch für Saisonfahrzeuge, so nennt man es ja, die ideale Möglichkeit, um hier die Batterie einfach in einem Top-Zustand zu halten. Man nennt das Ganze dann auch im Fachbegriff Erhaltungsladung und damit sorgen Sie dafür. Also das ist wirklich absolut genial. Und ich muss wirklich auch sagen, so beliebt, weil 24,65 Euro. Das ist halt wirklich extrem, extrem günstig. Und wir hören gerade, Kelly, unsere Powerbank hier. Die ist aktuell stark nachgefragt. Sie machen alles richtig, wenn Sie hier zuschlagen, muss man wirklich sagen, weil das ist wirklich ein richtig tolles Gerät. Und jetzt in der kalten Jahreszeit kann jeder so eine Powerbank gebrauchen. Und ich möchte Ihnen gerne noch mal den Preis sagen. 73,10 Euro für unsere Powerbank hier. Und die Bestellnummer lautet ZX 300 und die 569. Ja, jetzt heißt es ganz, ganz schnell sein. Denn wenn Sie das gerade mitbekommen haben, sind die Produkte schon sehr, sehr stark nachgefragt. Das bedeutet natürlich, wenn Sie sich jetzt hier unseren TV-Sonderpreis, der nur jetzt in der Sendung gilt, sichern wollen, greifen Sie schnell zum Hörer, notieren Sie sich die Bestellnummer NC 5920 und die 569 am Ende, um sich beispielsweise jetzt hier dieses Produkt zu sichern. Solarladegerät für Autobatterien, 24,65 Euro. Entschuldigung, dass ich die unterbrochen habe. Ja, alles gut. Liebe Zuschauer, Sie müssen ja nicht mal immer dieses Sonarpanel von der Scheibe abmachen. Wenn Sie sagen, mich stört das gar nicht, ich mache es auf der Beifahrerseite irgendwo hin, oben vielleicht auch Richtung Dach, Richtung Sonnenblende, müssen Sie gar nicht immer abmachen. Sie brauchen ja nur den Stecker ziehen, wenn Sie gerade nicht laden wollen. Also es ist einfach so ein tolles Gerät und es ist so eine tolle Technik, die Sie da nach Hause holen, die Sie wunderbar durch den Winter bringt. Und vor allem Ihre Autobatterie wird es Ihnen danken, weil die wird einfach immer wieder aufgeladen. Und ich finde einfach, das ist absolut klasse. Vor allem eben auch zu dem Preis, kann sich jeder leisten, kommt hier wunderbar auch nach Hause. Sie können sie sofort einsetzen, auch das ist wunderbar. Und jetzt kommen wir zu etwas, was sich auch jeder leisten kann und vor allen Dingen auch jeder wieder gebrauchen kann. Jeder brauchen kann, jeder leisten kann und auch wirklich jeder haben sollte. Wenn Sie eine Garage haben, eine Tiefgarage, Ihr Auto steht da immer drin, liebe Zuschauer. Okay, dann ist es klar. Wobei es kann ja auch durchaus mal sein, dass Sie unterwegs sind und dann steht Ihr Auto draußen. Und dann kommt auch hier unsere Scheibenabdeckung für Sie in Frage. Die ist jetzt auch grundsätzlich so günstig, dass man sagen kann, Mensch, ich hole mir sowas auf jeden Fall. Man weiß ja nie. Aber für alle, die wie ich zum Beispiel zu den Laternenparkern gehören, wo die Autos draußen stehen und das den ganzen Winter durch und natürlich dann eben auch frostanfällig sind, vereiste Scheiben, vereiste Spiegel, vereiste Scheibenwischer. Damit können wir hier entgegenwirken. Und zwar das ist unsere Premium-Abdeckung. Und ich würde sagen, die zeigen wir unseren Schuhschauern. Ja. Würdest du die auspacken und nicht die Haube zu machen? Ja, na klar. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und Premium ist natürlich hier das richtige Stichwort, weil das ist natürlich nicht nur irgendeine Scheibenabdeckung, liebe Zuschauer. Wir wären ja nicht Pearl TV, wenn wir nicht wirklich die, ja, ich weiß, du würdest schon weiter machen, die Premium-Sachen hier für Sie rausgesucht hätten. Denn, der Andreas wird es gleich erklären, das ist natürlich eine Abdeckung der Extraklasse. Weil die nicht nur abdeckt, sondern natürlich auch von alleine hält, ne, durch die Magnete hier. Aber ich will ja natürlich nicht vorgreifen. Nein, du hast absolut. Schön, dass du es gleich sagst. Warum denn nicht? Wir möchten ja gar kein Geheimnis draus machen. Unsere Zuschauer sollen ja auch wirklich wissen, worum es hier geht. Also, wir haben, und Sie sehen, es ist ein ganz, ganz leichtes Spezial-Mikrofasermaterial. Wir haben hier eine Scheibenabdeckung bis ganz runter. Bis zu den Scheibenwischer. Und schauen Sie mal, was wir machen können. Die ist so groß, dass wir wirklich mit den Scheibenwischer hier auch diese Abdeckung fixieren können. Zusätzlicher Effekt ist, die Scheibenwischer, die frieren hier nicht auf der Scheibe fest. Und das ist ja auch ein riesen Ärgernis im Winter, wenn die Scheibenwischer nicht benutzt werden können, weil die hier fressgefroren sind. Und wenn Scheibenwischer festgefroren sind, dann gehen die auch kaputt. Hast du Hunger, Andreas? Weil die nämlich, wenn man die so abreißt von der Scheibe hier, wenn man die abreißt von der Scheibe, dann macht man den Gummi kaputt. Das sollten Sie bitte nicht machen. Und auch da hilft unsere Scheibenabdeckung. Wenn Sie mögen, können Sie auch Folgendes machen. Sie können auch die Abdeckung hier über die Scheibe, Scheibenwischer legen. Auch dann frieren die nicht an. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Oben hier komplett bis zur Dachkante abgedeckt. Hier friert nichts an. Kein Frost auf der Frontscheibe. Und dann gehen wir hier rüber. Außenspiegel mit Inbegriffen. Auch die Außenspiegel in Zukunft eisfrei. Hier wunderbar drin. Da unten ist ein Gummizug. Damit das alles auch wunderbar hält. Und dann gehen wir. Schauen Sie mal. Das ist Premium. Das ist richtig toll. Wir gehen hier wirklich bis zur Seitenscheibe, bis zum Türschloss, Türgriff. Nichts ist vereist. Alles ist eisfrei. Sie müssen nicht kratzen morgens. Das ist richtig toll. Und Katie hat es gerade gesagt. Wir haben hier eingenäht Magnete. Und die Magnete hier. Die halten das Ganze hier auf dem Blech. Die sind noch ein bisschen abgepolstert. Damit da nichts passiert. Und das Gleiche haben wir auch hier oben auf dem Dach. Hier sind auch so Magnete. Da sind so kleine Ohren. Und die halten das Ganze fest. Also das ist wirklich eine Scheibenfolie. Ist ja gar keine Folie. Ist Spezialmikrofaser. Aber das ist eine Scheibenabdeckung, liebe Zuschauer. die ich wirklich jedem wünsche, der sein Auto draußen stehen hat. Weil man hat wirklich dieses Ärgernis von vereisten Scheiben hier morgens nicht mehr. Scheibenabdeckung der Extraklasse. Hier komfortabel und wetterfest. Und da möchte ich noch ein kleines Beispiel bringen zu dieser Stelle. Wir kennen das ja alle. Ja, wir haben unser Auto draußen stehen. Es ist kalt. Es ist frostig. Und dann wollen wir mit dem Auto losfahren und haben eben nicht so eine tolle Abdeckung. Was passiert? Wir müssen kratzen. Und was ich noch ganz, ganz schlimm finde, ist die Seitenspiegel eben. Was ja hier auch perfekt abgedeckt ist. Das bedeutet, das birgt ja dann auch eine Unfallgefahr. Weil man kriegt die oftmals ja nicht richtig abgekratzt. Vor allen Dingen hier den kleinen Spiegel an der Seite. Und wenn dann natürlich einer von der Abbiegespur kommt, dann sehen Sie den nicht durch den toten Winkel. Deswegen heißt es auch hier, ja, schauen Sie auf Ihre Sicherheit. Das ist wirklich ein riesengroßer Sicherheitsaspekt, den man hier hat. Und bestellen Sie jetzt unter der Bestellnummer NX 9551 und der 569 zu dem TV-Sonderpreis, der nur jetzt und hier in dieser Sendung gilt, zu 12,30 Euro. Und ich sage es Ihnen, Hand aufs Herz, bestellen Sie am besten für die ganze Familie so eine Abdeckung gleich mit. Auch wenn zum Beispiel jemand den Cofor einer Garage hat. Ja. Weil man ist dann vielleicht mal einkaufen, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, vergisst dann eben so eine Abdeckung drauf zu machen oder hat vielleicht auch gar keine. Und dann kann man anfangen zu kratzen. Das wäre natürlich fatal. So, und der Auto ist wieder abdeckungsfrei. Und jetzt kommt ein riesengroßes Ärgernis, das Sie wahrscheinlich auch kennen, liebe Zuschauer. Und zwar sind das angelaufene Scheiben im Fahrzeug. Wenn also hier, wenn Sie drinnen sitzen, wollen losfahren. Sie möchten natürlich auch schnell zum Arzt. Sie haben da einen Termin, müssen unbedingt pünktlich kommen. Sie möchten schnell zur Arbeit. Und dann hat man natürlich überhaupt gar keine Zeit. Und es ist ein Ärgernis. Egal, ob Sie ein altes Auto haben oder ein neues Auto haben. Angelaufene Scheibe hier. Das betrifft uns alle. Und wir haben was für Sie. Damit sind angelaufene Scheiben von innen, beschlagene Scheiben von innen, einfach Geschichte. Und zwar ist das hier unser Zusatzheizer. Und dieser Zusatzheizer, der ist einfach ganz einfach in Betrieb. Was machen wir? Wir stecken das andere Ende des Kabel hier in den Zigarettenanzünder, in die 12-Volt-Steckdose. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. So. Und dann haben wir hier vorne, wir sehen es, einmal einen Luftauslass. Und hier oben, da sitzt ein kleiner Ventilator drin. Und der sorgt dafür, dass hier warme Luft auf die Scheibe innen geblasen wird. Und die dann eben ganz, ganz schnell beschlagfrei wird. Und das ist eben hier ein riesen Vorteil. Sie wissen das selber. Wenn man ins Auto sitzt und ausatmet, dann sorgt die Atemluft von uns noch zusätzlich dafür, dass die Scheiben noch mehr beschlagen werden. Und genau mit diesem Gerät wirken wir hier entgegen. Das heißt, wenn Sie das einschalten hier, dann haben Sie innerhalb von Sekunden nach dem Losfahren schon den Erfolg. Also die Scheiben sind einfach beschlagfrei. Und das betrifft dann eben auch nicht nur die Frontscheibe, sondern durch die warme Luft, die sich im ganzen Auto verteilt, dann eben auch die Seitenscheiben. Also das ist hier jetzt auch ein absolut geniales Highlight. 15,15 Euro, liebe Zuschauer. Sie investieren in freie Scheiben, innen beschlagfrei und in Ihre Sicherheit. Weil gerade das ist auch was, was richtig, richtig ärgerlich ist, wenn die Scheiben während der Fahrt dann wieder beschlagen und du nichts mehr siehst. Das ist auf jeden Fall so. Und deswegen investieren Sie jetzt in Ihre Sicherheit für 15,15 Euro mit der Bestellnummer NX 93 97 unter 569. Sichern Sie sich jetzt den TV-Sonderpreis, liebe Zuschauer. Sie wissen es ja, der gilt nur jetzt in dieser Sendung. Deswegen heißt es jetzt, seien Sie schnell, greifen Sie zum Hörer unter der Telefonnummer 018 051 51 und dreimal der 2. Und das ist wirklich auch was, wo ich sage, Mensch, das kann man jedem empfehlen. Beschlagene Scheiben, das ist nichts, wo man sagt, nee, da ist das Auto zu alt oder ich habe eine Klimaanlage oder, oder, oder. Das sind im Grunde alles Ausreden. Beschlagene Scheiben, das ist ein Ärgernis, das wirklich jeden von uns betrifft, liebe Zuschauer. Und ich habe ihn jetzt mal angeschaltet, einfach hier 12-Volt-Stückdose, den Strom abgenommen. Auch für Sie, Bedienung ist sowieso kinderleicht. Und jetzt sehen Sie auch hier schon, die Heizstufe ist am roten Licht erkennbar. Und jetzt kommt hier richtig schöne, warme Luft raus. Und wenn die jetzt auf die Scheibe trifft, die beschlagen ist, Sie wissen ja selber, wie schnell das normalerweise gehen kann. Dann haben wir wirklich in Sekunden eine beschlagfreie Scheibe und endlich Komfort, Sicherheit. Wir sehen auch was. Und wir wissen es doch selber. Normalerweise sitzt man, wenn man beschlagene Scheiben hat, im Auto mit einem Lappen, wischt da rum, verschmiert alles, macht es eigentlich noch schlimmer. Hiermit, liebe Zuschauer, ist der Lappen- und der Schwamm-Geschichte, unser wunderbarer elektrischer kleiner Zusatzheizer hier. Der sorgt dafür, dass Ihre Scheiben beschlagfrei werden. Das bedeutet, greifen Sie jetzt zum Hörer und sichern Sie sich den TV-Sonderpreis, der wirklich nur jetzt in dieser Sendung gilt. Kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Die Bestellnummer ist die NX 93 97 und die 569. Und wir kennen das wirklich ja alle. Also ich fahre auch ein neues Auto, ja, habe dieses Glück. Aber trotzdem sind meine Innenscheiben auch immer beschlagen, eben auch durch die Atmung, durch die Luftfeuchtigkeit, durch die Veränderungen eben, beschlagen die Scheiben von innen. Und wir kennen es alle. Es ist sehr, sehr nervig und vor allen Dingen beeinträchtigt uns das eben unsere Sicherheit während der Fahrt. Deswegen greifen Sie jetzt schnell zum Hörer, seien Sie schnell. Sichern Sie sich jetzt den TV-Sonderpreis zu 15,15 Euro mit der Bestellnummer NX 93 97 569. Und wir hören gerade von unserer lieben Regie, dass auch unsere Dashcams gerade sehr, sehr nachgefragt sind. NX 44 98 und die 569 am Ende, die ist wirklich sehr, sehr stark begrenzt. Also greifen Sie bitte jetzt zum Hörer, weil wenn die weg sind, sind die erstmal weg. Und wir haben natürlich hier unseren TV-Sonderpreis in der Sendung. Und es wäre schade, wenn Sie da jetzt noch mehr zahlen müssten. 123,45 Euro für die Dashcam, zu der ich Ihnen eben gerade die Bestellnummer genannt habe. Und da können wir uns natürlich an der Stelle nur bedanken. Vielen Dank natürlich, dass Sie bestellt haben. Und Gratulation, alles richtig gemacht. Das wird wirklich der Begleiter in der Zukunft sein, der Ihnen ganz viel Sicherheit bietet und eben dann auch als stummer Zeuge immer mitfährt. Wir sind aber aktuell noch bei unserem kleinen Zusatzheize hier. Ich habe den jetzt mal wirklich hier hinter die Frontscheibe gepackt. So sieht das dann aus. Sie können den natürlich egal wo positionieren. Da, wo Sie wirklich sagen, Mensch, da ist ja ganz gut aufgehoben. Da unten ist übrigens ein Fuß dran mit einer kleinen Gummi-Anti-Rutsch-Gummimatte, sodass der auch nicht umher rutscht. Und dann haben wir wirklich hier diesen wunderbaren Komfort, dass wir beschlagfreie Scheiben haben. Und hier muss man ganz klar sagen, egal ob neues Auto, ob altes Auto, das ist wirklich was, was wir alle gebrauchen können. Und wenn Sie zum Beispiel nur einen Carport haben, keine Garage, wenn Sie draußen auf der Straße parken, dann werden Sie dieses kleine Teil hier wirklich lieben lernen. Weil gerade wenn das Auto die ganze Nacht draußen steht, alles abkühlt, viel Feuchtigkeit ins Auto kommt, dann sind natürlich beschlagene Scheiben immer ein Problem. Und dieser Zusatzheizer, der hilft da. 15,15 Euro ist, glaube ich, auch wirklich hier jetzt eine Summe, die man mal investieren kann. Da kann man wirklich nichts falsch machen, da macht man alles richtig und hat einfach in Zukunft ja diesen Komfort, den andere dann eben nicht im Auto haben. Beschlagfreie Scheiben sichern Sie sich jetzt nur in dieser Sendung zum TV-Sonderpreis zu 15,15 Euro. Ich nenne Ihnen auch gerne noch mal die Bestellnummer. Das ist die NX-9397 und die 569. Und das war's natürlich auch schon wieder von dem Traumduo Andreas und Casey. Nein, ganz am Ende, ich hoffe, Sie haben ganz viel Spaß bei unserer Sendung gehabt. Und natürlich haben Sie sich hoffentlich, davon gehe ich aus, die TV-Sonderpreise gesichert. Von unserer Dashcam, von unserer Powerbank und natürlich auch von unserer elektrischen Heizung. Tschüss. Tschüss.